Wie heißen Sie? Ich hab keinen Namen. Das ist die Frau ohne Namen. Mein Kameramann ist nicht mehr ganz so der Neueste. Ja, aber nett, ne? Haben Sie das schon gemerkt? Er heißt Halter, hält den Mund und hält die Kamera. Nee, er hält nicht den Mund, er sollte eigentlich die Klappe halten. Hat er aber gerade gesagt. Ja, da hat er aber was Falsches gesagt. Das ist ja ein geiles Outfit. Das ist ja wohl den, ne? So, hier ist der Mann, der die 130 Stück Frankfurter Kranz gegessen hat. Der Bauch ist wirklich noch nicht sichtbar. Das ist wahrscheinlich erst ein Späteffekt, der sich dann später einstellt. Wie würden Sie jetzt auch nochmal jodeln? Sie kommen direkt aus Walzrode? Alte Walzrode Geschöpfe. Alte Walzrode Geschöpfe. Wieso? In Walzrode kommen viele aus Walzrode. Ja, ja, viele. Ja, aber es sind doch auch angereiste, zugereiste dabei. Aber viele zugereiste.